Wir haben uns mit Oldenburg als ProNova BKK das erste Mal für ein Gebäudesystem entschieden. Wir haben das deshalb gemacht, weil wir in Aachen am Standort Bob uns dieses Gebäude angeguckt haben und sehr schnell erkannt haben, welche Vorteile ein solches System hat. Das heißt, ich sehe heute, was mich quasi in Zukunft erwarten wird und das ist für mich das A und O im Rahmen dieser Entscheidung gewesen. Ich weiß, was ich eingekauft habe und ich freue mich darauf, das, was ich dort gesehen habe, dann in Oldenburg auch live erleben zu können und ich denke mal, dass dieses System durchaus für die ProNova BKK auch ein System für die Zukunft ist. Die zehnjährige Energiegarantie, die uns Bob gibt, gibt mir natürlich zunächst einfach mal die Sicherheit und auch zukünftigen Nutzern die Sicherheit, dass sich diejenigen, die das anbieten, auch sehr intensiv damit beschäftigt haben und sozusagen durch die Garantie ja auch belegen, dass das verifiziert ist und auch eingehalten werden kann. Eine Garantie gibt man nur, wenn man auch sicher ist, dass man sozusagen diese Garantie auch halten kann. Ganz besonders interessiert uns bei dem Bürogebäude Bob, dass es hier eigentlich um eine Art Produktentwicklung geht. Es wird ganz oft in der Bauwirtschaft behauptet, wir machen da doch jetzt gerade eigentlich nur einen Prototypen und dafür müssen wir jetzt ganz besonders und individuell planen. Achtung, wir dürfen unsere Kreativität nicht verlieren und das ist genau eine Sache, wo ich glaube, da sind wir mittlerweile eher mit dem Thema Building Information Modeling gerade beim Thema Bob in einem stetigen Verbesserungsprozess. Das heißt, wir machen eine Produktentwicklung, die digital ist und von Projekt zu Projekt fließen in dieses digitale Modell immer mehr Informationen ein und das Produkt wird eigentlich ständig, Schritt für Schritt besser. Dieser Vorgang von der Idee des Gebäudes sozusagen unter dem Auftrag und so weiter, der Planung bis zur Realisierung sehr, ja wie soll man sagen, sehr zerschnitten ist. Also es ist so, dass das kein sauberer Bogen ist, wie man das vielleicht so idealerweise sich vorstellen würde, sondern es wechseln die Beteiligten, es werden Informationen nicht so perfekt weitergegeben und so weiter und dadurch ist das Resultat am Ende häufig nicht genau das, was man oder häufig auch nicht ähnlich dem, was man sich am Anfang vorgestellt hat und das ist eigentlich ein wesentlicher Grund, warum ich der Meinung bin, dass dieses Bob-Konzept eigentlich die richtige Antwort ist darauf, weil man da eben quasi nicht jedes Mal von vorne anfängt, sondern ein bestehendes Konzept über diesen ganzen schwierigen Prozess legt mit Qualitätssicherung und so weiter, mit einem Planungsprozess, der durchgängig ist mit auch mit Werkzeugen, die dann auch das unterstützen und so weiter, sodass man wirklich von der Idee bis zur Inbetriebnahme dann letztendlich auch ein durchgängiges Konzept hat und es auch in dem Moment, wo das in Betrieb genommen ist, auch wirklich noch optimieren kann und dann erst, sag ich mal, den Kunden begleiten kann, bis man, bis alles rund ist und der Kunde sagt wunderbar, so habe ich mir das eigentlich vorgestellt. Wir haben jetzt eben als Erfahrung über die Jahre gesammelt, dass Gebäude eigentlich nie so funktionieren, wie sie ursprünglich mal angedacht waren. Das bedeutet, ein wichtiger Punkt ist, das ist unsere Erfahrung, dass wir diese Gebäude monitoren, dass wirklich geguckt wird, was hatte ich ursprünglich geplant und dass ich dann über ein paar Jahre schaue, wie verhält es sich wirklich korrekt. Und da gibt es genügend wissenschaftliche Untersuchungen und jetzt auch Erfahrungen beim Bob, dass über ein nachträgliches Monitoring und Feintuning des Gebäudes auf den realen Standort, auf die realen Nutzer, dass dort eine Energieeinsparung in der Größenordnung von 30 bis 50 Prozent realisierbar ist. Tschüss. 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 Schuss.